Und neuer Schwert Na, was haben wir darin? Natürlich krieg ich Loot-Bedrock hier im Dram Ja, ist klar Ist richtig, ich krieg so ne Scheiße Das Schwert hat Regonation, Looting 8, Fire Aspect 8, Knockback 8 Ja, das ist so sexy, was man manchmal für Sachen kriegt, ne? Ist klar, getrackt Spiel So, welche Küsse haben wir jetzt noch? Äh, die sind fertig, die sind fertig Jetzt hast du dieses, ja, jetzt müssen wir die pinke Wolle noch kriegen, wie kriegen wir die denn? These kittens have a secret wall in somewhere near as fair Das Piggy-Woo Warte mal, Minus Delight, hier kriegen wir dann? Was haben wir denn für Minus Delight gehabt, schon? Was ist das grad nicht, aber wir brauchen noch ne andere Welt eigentlich We- darf Reflection in Space Hast du die grad weggemacht, die Welt? Nein, hab ich noch nicht Hab ich gemacht Wir müssen noch in die Biosphäre 4 rein Ja, dann geh rein Mach Mach up Ja, jetzt such die grad Ja, wenn sie nicht im E-Systeme da, dann liegt sie wieder in der linken Kiste Ne, da ist sie doch Ja, die sind alphabetisch geordnet Jo, warum sollen wir doch mal hier rein? Oder hast du hier alle? Ich weiß nicht, was hier, was hier... Ja, wenn dann unten nur noch, ne? Ja, ja Hat er mich grad voll weggekriegt Alter, dein Ernst? Ja Bist du da runtergegangen? Ja, bin ich Und jetzt weg Bist du nicht Okay, bin dabei Huh? Bin ich noch ne Ebene tiefer gefallen Oh mein Gott, ich hab aber das Problem hier Ne Kiste, Yay Ender... Ender die hier zieht Die hätten wir nach oben kriegen können Zwei Stacks Mein Gott Chewie kann attacken fállllllllll... oirige was?! Schusencard ...Invertercard ..Redstonecard ечzig stück jeweils Jon, Kilty, ich verPist sie erstmal eine Runde whmm? Ach, die scheiß Katze Oh, diese Scheiß Witches mit dermed tränken ja, ich bin toch wegen den Scheiß tränken Will die scheiß Tränke mich natzen?! Da hinten ist noch so ein komischer Raum, wo wir hin müssen, wo wir hin müssen, wo wir hin müssen. Ja, Wizard. Ich hasse Wizard Witches. Kalendritflöcke. Ja, die haben wir schon. Haben wir? Haben wir noch gar nicht. Doch, doch, Kalendritflöcke haben wir. Hab ich vorher nachgeguckt, weil ich die Quest machen wollte. Achso, uns fehlen aber die anderen noch. Hier ist noch ne Kiste, mit dem Back drin. Fick dich. Fick dich, Enderman. Aber mitnimm, schade trotzdem nicht. Wie viel Leben hast du jetzt noch? Hab keine Ahnung. Ist egal, wenn ich sterbe, hab ich keine Bombe mehr. So im Prinzip. Ach, hier ist ein Schwein unten drin. Ein wedes Schwein. War ein wedes Schwein. Hier ist die Piggy Wolf. Hab sie. Siehste? Ach klar, dass sie da drin war. Dann zeig ich da aber noch nicht an. Ja, keinen Moment. Oh, neue Questen. Oh, jetzt. Ash wohl. Okay, ich mach die Ash wohl. Aber ich bleib hier noch mal kurz drin, weil ich, weil ja auf jeden Fall hier irgendwo noch was piepst. Heute im Kalendrie ist das hier unten. Ich bin auch nur runtergefallen eben. An der Ebene. Mal gucken, ob hier irgendwo noch Kisten sind. Malerweise sind hier unten immer Kisten verteilt. Ja, wir müssen in meiner Steel Light 4 rein. Ja. Mal gucken, ob hier irgendwo noch Kisten sind. Mal gucken, ob hier irgendwo noch Kisten sind. Malerweise sind hier unten immer Kisten verteilt. Mal gucken, wie hier unten noch. Mal gucken, ob da unten ist. Mal gucken, ob da oben ist. jetzt muss ich gucken ob ich jetzt nicht noch back to win haben wir schon wieder eine neue quest wieder sieben cookies was haben wir denn zombies oder was ja vor den night so was haben wir denn da drin magmetik wollten super kann doch kommen die nämlich auch mit super gern man auch nicht finden super kann da muss ich meine dass die light 4 made by combinated mana infuse das mit höhlwis okay black steel okay alles in meiner stillheit 4 die christ wenn wir gleich einmal rum da müsste doch eigentlich blöcke sein amodrien blöcke in der sphäre amodrien ja das ist auf der mittleren ebene wo du gestorben bist und nicht runtergekickt wurde dann da müssen die dann sein das ist die einzige möglichkeit weil hier unten ist bis jetzt nichts davon zu sehen die kiste hatte ich die kiste habe ich die habe ich das ist ätzend bauen wir uns mal hoch gehen ins glas rein was ist hier eigentlich ähm die die ding ja ich geh nur auf die wenn ich schon so johle runtergekickt werde wieder reingegangen ja wir müssen dieses ammo naja aber unsere villager machen echt gute arbeit die haben die zombies echter von der tür fest schlimmste kack auf dem schwert bekommen noch weg ja ich glaube da sind die blöcke ne das sind sie nicht oh mein gott da in der mitte ist irgendwas welcher mitte wo die spawner sind da wo du bist hm ich bin grad von unten hochgekommen hi 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 hab ich schon geleert wir machen ja jetzt einig zurzeit auch wenn du jetzt kommst oder mal zuerst ne irgendwie ha du bist ja so im luken dann spawner noch zerstört hä die ganzen spawner noch zerstört weiß nicht kann man ja machen ja wenn die wizard bitches nicht so hart wären ach das geht das ist nervig bei mir du musst nur aufpassen ich meine rüstung aber sonst habe ich auch die arschkalle gezogen ja deswegen verpiste ich mich ja wieder wenn die einmal hier weglassen würden ja klickt mich doch mal alle durch die gegend hier müsste ich ja ey ich kann das zeug aber glaube ich herstellen auch hast du kalendritblöcke mit ja da kannst du rauskommen ich kann das ich muss das mit platin kombinieren da kann ich das auch erstellen hab ich vorher nachgeguckt ja ich will grad was anderes gucken blazes äh blitz ziehen sich auch vom village an ja irgendwie ja komisch scheinbar schon ich sag ja scheint ja Aua Aua wieder hier alles auseinander genommen hast dann gehe ich krass vor so'n Tinnitus ab rupf 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 warum Tinnitus weiße nicht wenn ich wieder mal voll piepen hab piep 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 so komm da mal hoch platinium wow meine rüstung muss ich echt ein heil machen jetzt na gut dann guck ich mal in platinium shiny ingots ich weiß aber wir hatten schon mal shiny dinger gefunden wir brauchen unbedingt katarium wieder ja das war auch in dieser einen ebene ja das war an der ebene wo die ganzen wizards spawnen woher darf ich deine rüstung zum reparieren nehmen mh welche nimm doch die da ist nimm doch die da ist die wollte ich doch nicht mehr so so nimm ich die arme Adam kack da ja die ich da reingetan hab ja so ja so den gold gleich kann ich wechseln ja ja ich bin da draußen und ich glaube ich hab jetzt auch alle kisten noch übrig gehabt was ist das denn zombie in der ebene hier dort alles klar meiner delight das sind für blöcke hier oh ich kann die nicht abbauen mit der schmutzhacke ich guck mal was ne aber mein hammer kann ich die abbauen ja stimmt ich hab den ich hab den op hammer den extract mining boah irgendwie leckt das grad so ein bisschen da ne ja aber auch nur wenn du da bist bei der ebene ich brauch das ganze zeug hier wöw 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 mh mh so das weg das weg ich raste mal kurz hier durch ja mach das ähm hier sind auch hier sind auch die kompress kabel dinge ok wir müssen aber durch komplett durchjagen wie können wir die quest herstellen mit dem kommt mit dem kuppel stone hm noch mal warte ein stack adamantin block ein stack puckefenium block hörst du jetzt auch zu legen irgendwas ist hier was weggegangen ist puckefenium block ich glaub den brauchst du mir für irgendwas keine ahnung was boah ah klar das hab ich doch gefunden gehabt ja das was hast du hast gefunden was Vielen Dank.